Hallo Leute, mit euer Hilfe habe ich die 50-Abonnenten-Marke überwunden. An dieser Stelle ein großes Danke! Ich habe mir zu diesen Anlass gedacht, dass ich eure Witze vorlese, die ihr bei mir in den Kommentaren vorgeschlagen habt. Also viel Spaß! Pago21 schreibt Mama, man soll doch nicht lügen, oder? Ja! Osterhase, Weihnachtsmann, Unterstorch? Hm? Team und Animation Sagt ein Frosch im Restaurant Herr Ober, Herr Ober, da ist keine Fliege in der Suppe! Hehehehe Schelinchen-Animation Wieso arbeiten sie nicht? Äh, 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 ich habe sie nicht kommen sehen! Hehehehe, der Klassiker! Blender Simple Das indianische Wort für Windows Weißer Mann starrt wartend auf Sanduhr! Hehehehe, könntest du recht haben! Danke für die Vorschläge und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.